Zeit, Geld, Disziplin und die richtigen Antworten auf deine Fragen, das waren damals die vier Dinge, die meinen Erfolg ausgemacht haben. Und in diesem Video möchten wir genau einmal kurz über diese vier Dinge sprechen. Falls du mich jetzt noch nicht kennst, mein Name ist übrigens Kevin Helvenstein. Ich bin seit drei Jahren jetzt im Online-Marketing aktiv. Mein Team und ich, wir haben jetzt dieses Jahr 2018 einen Umsatz von mittlerweile 3,6 Millionen Euro erwirtschaftet durch das sogenannte Dropshipping. Nebenbei machen wir noch so ein bisschen Amazon FBA, Affiliate Marketing und so weiter und so fort. Fangen wir mit der ersten Ressource an und das ist nämlich Zeit. Zeit ist unsere wichtigste Ressource in unserem Leben und alles ist unabhängig von der Zeit. Viele Leute schätzen die Zeit gar nicht und sind überhaupt nicht glücklich mit der Zeit. Und ich möchte es dir nochmal sagen, Zeit ist wirklich deine wichtigste Ressource. Und wenn du jetzt zum Beispiel so denkst, wie zum Beispiel, oh ne, heute ist schon wieder Montag oder zum Glück ist bald Freitag, dann bist du schon mal der falsche Typ dafür, der endlich Erfolg im Leben haben will. Warum? Weil Zeit ist wirklich, wie ich schon sagte, eine wichtig, wichtige Ressource. Desto mehr Zeit wir haben, desto mehr schaffen wir. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich würde mir wünschen, dass der Tag 48 Stunden hat, statt nur 24 Stunden, damit ich mehr schaffen kann. Denn am Ende des Tages merke ich immer, oh, oder fühle ich immer, oder dass ich irgendwie nicht so viel geschafft habe. Aber ich, man merkt das selber nicht, weil man dann den ganzen Tag im Prozess drinne war. Deswegen ist Zeit wirklich eine ganz, ganz richtige Ressource. Und du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ich habe gar keine Zeit, um das und das und das zu machen. Dann solltest du jetzt vielleicht einmal überlegen, woran kann das liegen? Guckst du vielleicht zu viel Fernsehen? Oder verbringst du zu viel Zeit mit unnötigen Dingen? Das sind immer so Sachen. Es gab einmal einen Menschen, vielleicht kennst du diesen Menschen. Wenn du diesen Menschen kennst, dann würde ich mich freuen, wenn du seinen Namen in die Kommentare schreibst. Und zwar wollte er schon immer mal ein Buch schreiben. Er wusste aber nicht wie, weil er keine Zeit hatte. Er hatte zwei Kinder und eine Frau. Er musste die Kinder immer zur Schule bringen. Er musste die Kinder immer abholen. Er musste sich um die Frau kümmern und so weiter und so fort. Und somit hatte er nie Zeit, um überhaupt mal sein Buch zu schreiben. Und dann ist ihm eins bewusst geworden. Was passiert denn, wenn ich einfach jeden Morgen eine halbe Stunde früher aufstehe? Das Resultat war, dass dieser Autor mittlerweile Bestseller von mehreren hunderten Büchern ist und mittlerweile seinen Job gekündigt hat. Er ist jeden Morgen eine halbe Stunde früher aufgestanden und hat sofort an seinem Buch geschrieben. Ein halbes Jahr lang. Jeden Morgen einfach eine halbe Stunde früher aufgestanden. Das Resultat hat sich nach einem halben Jahr gezeigt. Er war Bestseller mit diesem Buch geworden, war Autor geworden und ist mittlerweile der bekannteste Autor mit mehreren hunderten von Bestsellern. Deswegen möchte ich dir einmal einen kleinen Rat geben. Zum Beispiel meine Strategie damals war, eine Stunde früher aufstehen und eine Stunde später ins Bett gehen. Somit hast du zwei Stunden mehr Zeit am Tag. Jetzt wirst du aber sagen, ja, aber dann kann ich nur fünf oder sechs Stunden schlafen. Eine Stunde früher aufstehen, eine Stunde später ins Bett gehen. Das ist ganz, ganz einfach. Leichtes Prinzip. Weil wenn du es nicht machst, dann kannst du diese Zeit auch nicht schätzen und nicht nutzen. Ein Mensch oder ein durchschnittlicher, erwachsener Mensch braucht in der Regel ungefähr sechs Stunden Schlaf. Und deswegen richte dir das wirklich so ein. Es gibt zum Beispiel, wenn du ein iPhone hast, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Schlafenszeit einzustellen. Das heißt, du kannst genau auf sechs Stunden das Ganze minimieren, deinen Schlaf. Und ab einer gewissen Uhrzeit fängt dann auch dein Handy nicht mehr an zu klingeln und du kannst in Ruhe schlafen. Und ich empfehle dir das wirklich, wirklich, wirklich. Denn Zeit ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der im Endeffekt dafür abhängig ist oder davon unabhängig ist, dass du im Endeffekt deine Ziele erreichen kannst. Der zweite Faktor war Disziplin. Was ist überhaupt Disziplin? Disziplin ist wirklich jeden Morgen 4.30 Uhr aufstehen, eine halbe Stunde joggen, danach 5 Sit-Ups machen oder 20 Sit-Ups, 40 Liegestützen und 20 Kniebeugen. Also wenn du das jeden Morgen machst und das ein Jahr lang, dann hast du Disziplin. Wenn du jetzt aber sagst, ja okay, ich kann das auch, machst du es jetzt eine Woche, dann guckst du nach draußen, 4.30 Uhr, es regnet, ich gehe mal wieder ins Bett. Dann hast du keine Disziplin. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, an dem du arbeiten musst. Nämlich wirklich Disziplin. Du musst diszipliniert sein. Und zu Disziplin gehört auch, mal Arbeit zu machen, die dir nicht Spaß macht. Und das ist im Erfolg nichts anderes. Ich muss bis heute auch noch ganz, ganz viel Arbeit machen, die mir überhaupt keinen Spaß macht. Und das ist einfach ganz normal. Du musst manchmal Arbeit machen, die dir keinen Spaß macht. Und das ist so. Du kannst nicht immer nur die beste Arbeit machen oder alles outsourcen und alles andere machen lassen. Du musst auch mal selber wirklich sagen, okay, ich mache das jetzt und das will ich machen. Und das ist Disziplin, okay. Du musst wirklich sagen, okay, heute mache ich mal 12 Stunden lang nichts anderes außer dieser Arbeit. Ich fokussiere mich, ich stehe morgens um 4.30 Uhr auf, mache meine Morgenroutine, dann frühstücke ich, dusche ich. Und dann fokussiere ich mich auf eine Arbeit so lange, bis diese Arbeit fertig ist. Und erst dann mache ich das, was ich eigentlich lieber mag. Deswegen empfehle ich dir auch wirklich diese langweilige und blöde Arbeit, die du eigentlich überhaupt nicht machen willst, gleich direkt morgens früh zu machen, damit du das schon mal von deiner To-Do-Liste streichen kannst. Und des Weiteren empfehle ich dir auch, deinen kompletten Tag zu planen. Also einen Tag, bevor du anfängst zu arbeiten, abends eben alles auf eine To-Do schreiben und dann morgens direkt abarbeiten. Dann, das ist wirklich Disziplin und das macht wirklich viel, viel, viel aus. Und du wirst es auf jeden Fall merken. Und du musst wirklich an deiner Disziplin arbeiten. Ich muss das auch. Also ich war überhaupt nicht der Morgenmanager, aber mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich wirklich jeden Morgen um 4.30 Uhr aufstehe. Dreimal die Woche gehe ich dann morgens einfach mal eine halbe Stunde laufen, mache so ein bisschen Morgensport und dann fange ich direkt an zu arbeiten. Dann sitzt gerade 6.30 Uhr morgens in der Früh und ich mache jetzt schon das nächste Video. Nächste Ressource war das Geld. Geld, ganz, ganz wichtiger Faktor. Viele Leute sagen immer, ja, wie soll ich denn erfolgreich werden, wenn ich gar kein Geld habe? Ich muss doch erstmal ein bisschen was investieren, um dann auch etwas zu bekommen. Ja, und jetzt bist du nämlich gefragt. Vielleicht schaust du dir auch mal mein Video an zum Thema Geld und Konsum. Und vielleicht überlegst du jetzt einfach mal, wo gibst du dein Geld denn überhaupt aus? Gibst du es irgendwie aus für jeden Tag so McDonalds, Subway oder Burger King? Gibst du es aus, mal eben schnell einen Kaffee von Starbucks holen? Oder gibst du es aus für, keine Ahnung, ich will jetzt mal eben eine Tüte Harry-Bundaschen, statt das Toastbrot zu nehmen, was du noch hast? Oder gibst du es aus für immer wieder die neuen Klamotten? Zum Beispiel dieser Pullover hier, den habe ich schon seit meiner Ausbildung 2013 und der hält immer noch und ich trage ihn sogar immer noch. Auch meine Schuhe, ich habe mir mal tolle Schuhe gekauft, die halten bis heute noch und die sind schon drei, vier Jahre alt. Konsum ist das Problem. Deswegen, du musst wirklich gucken, dass du nicht viel konsumierst. Und der Fehler vom Geld liegt meistens immer bei der Person selber. Zehn Prozent der Deutschen sind kaufsüchtig, wirklich kaufsüchtig. Die haben den Drang, immer wieder das Neueste zu haben. Und ich glaube, es sind sogar mehr Prozent als zehn Prozent. Ich glaube, zehn Prozent sind wirklich die, die wirklich jeden Tag was kaufen. Aber ich glaube, 90 Prozent der Deutschen, die wollen immer den neuesten Trend haben. Das neueste Handy oder, oder, oder. Also immer das neueste Auto, dann nehmen sie sich einen Leasingvertrag. Oder was gibt es da noch? Irgendwie den besten Handyvertrag, wo das Handy einen Euro kostet, der Vertrag aber dann 39 Euro in dem ersten Quartal. Und nach diesem Quartal kostet es dann 69 Euro. Das überlesen die meisten. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass du kein Konsument bist. Und wenn du lernst, nicht mehr so viel zu konsumieren und vielleicht mal so ein bisschen darauf zu achten oder auch mal eine Excel-Liste führst, was du jetzt tatsächlich ausgibst und vor allem für was du es ausgibst, dann wirst du ganz schnell an den Punkt kommen, okay, das und das und das brauche ich eigentlich gar nicht. Warum mache ich das überhaupt? Oder warum habe ich es überhaupt gemacht? Und das ist ein Prozess, den du langfristig aufbauen wirst und dann auch so tatsächlich mit deinem Einkommen mehr Geld erwirtschaften kannst, damit du das Geld dann für deinen Erfolg und für deine Ziele verwirklichen oder ausgeben kannst. Nächster wichtiger Punkt ist Fragen. Stelle die richtigen Fragen und suche die richtigen Antworten. So, das ist ein großes Problem, was uns in der Schule meistens schon immer falsch, ja, gelernt wird, sage ich mal. Also die Gesellschaft programmiert uns irgendwie auf etwas ganz anderes drauf aus, denn in der Schule lernen wir ja oder vor einer Klausur wird uns gebracht, ja, ihr müsst das und das und das und das wissen, das müsst ihr beantworten können. So, was machen wir? Oder so war ich damals. Dann habe ich diese Fragen einfach auswendig gelernt und dann habe ich die einfach auf dem Blattpapier runtergeschrieben. So, und der, der am besten die Fragen auswendig lernen konnte, der hat dann die bessere Note bekommen. Das heißt, du wurdest dafür benotet für die Fragen, die du, oder die Antworten, die du auswendig lernen konntest, ja. Und das ist total bescheuert eigentlich, wenn man so will. Aber, wehe, du hast eine Frage gestellt, die vielleicht viel, viel wichtiger war, dann wurdest du vielleicht sogar bestraft. Und das ist nämlich die falsche Vorangehensweise. Denn, wie funktioniert es eigentlich? Erfolgreiche Menschen stellen richtige Fragen und suchen nach den richtigen Antworten. Denn nur, wer richtige Fragen stellt, der kommt weiter im Leben. Du musst einzigartige Fragen stellen, die dich weiterbringen. Du musst dir zum Beispiel mal dieses 6-Minuten-Tagebuch holen. Das ist wirklich super, super cool. Da sind am Ende der Woche immer 4 bis 5 Fragen drin zu deinem Lebens. Und die musst du beantworten können. So, und wenn du diese nicht beantworten kannst, dann lässt du die erstmal weg und suchst nach den Antworten. Und erst, wenn du die Antwort gefunden hast, schreibst du sie nieder. Und so ist es auch mit einem Erfolg. Wenn du irgendetwas nicht weißt oder nicht weiterkommst, dann versuch, die richtige Frage zu stellen und versuch, diese Frage der richtigen Person zu stellen. So, und desto bessere Fragen du stellst, dann änderst du auch gleichzeitig so ein bisschen dein Umfeld. Denn dann weißt du, du musst mit Leuten abhängen, die dich weiterbringen im Leben und nicht die dich irgendwie aufhalten. Man ist immer der Durchschnitt aus den 5 Leuten, mit denen man abhängt. Und das ist wirklich wichtig, dass du dann im Endeffekt auch viel auf dein Umfeld achtest. Denn dein Umfeld bringt dich im Endeffekt weiter. Es bringt nichts, wenn du ein Umfeld hast, das jeden Tag sich abends 5 Bier reinzischt und dann am Wochenende noch das und das und das und das und das. Hier eine Party, da eine Party. Das bringt dir gar nichts. Deswegen, du musst wirklich gucken, wer ist mein Umfeld, mit welchen Leuten will ich tatsächlich viel zu tun haben und welche Leute bringen dich weiter. Denn nur so kommst du auch tatsächlich weiter. Und ganz, ganz wichtig, stelle immer die richtigen Fragen und frage erfolgreiche Menschen, wie sie es geschafft haben, dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Erfolgreiche Menschen sind übrigens keine Menschen, die irgendwie was von ihrem Papa geerbt haben oder die viermal von ihrem Papa übernommen haben und zwei Jahre später sind pleite gegangen. Das sind für mich keine erfolgreichen Menschen. Erfolgreiche Menschen sind Menschen, die etwas selber aufgebaut haben, die bei Null gestartet sind und sich selber dann langfristig und mit einem gewissen Prozess etwas aufgebaut haben. Das sind für mich erfolgreiche Menschen. Und diese Menschen musst du suchen und diese Menschen musst du auch fragen. Ja, Freunde, das war es jetzt auch soweit erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen, dass ich dir mal einen kleinen Einblick reinwerfen konnte, wie du jetzt tatsächlich deine Ziele erreichen kannst. Und du musst wirklich immer daran festhalten, dass diese vier Schritte, nämlich Zeit, Geld, Disziplin und die richtigen Fragen stellen, diese vier Dinge oder diese vier Schritte, die werden dich immer begleiten. Egal, wohin du bist, egal, was du machen willst. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnierst und ein nettes Kommentar hinterlässt.